Also man sieht jetzt hier auf dem Feld gerade mehrere. Ich nehme mal hierher auf. Also da fliegen jetzt gerade drei Stück weg. Das sind Bussard 1, 2. Jetzt hört man sie ganz gut. Da ist der dritte. Der vierte Bussard. Jetzt hat man sie ganz gut gehört und ich schwenke da nochmal zurück. Also da ist das ganze Feld voller Bussard. Dort sieht man, was sind das? Mövene hat es auch noch gerade. Weiter vorne habe ich drei Störche gesehen. Also Störche. Die jüngeren Störche aber. Dort konnte ich nicht anhalten, um das aufzunehmen. Und hier sieht man es eigentlich ganz gut. Und mir gehört sie an. Ich bin der Flamor Schala. Wir haben den 5. Oktober 2021. Hier v parallel. Hier haben wir einen von den Flamoren Schalaus.